schönen guten Tag liebe Leute Aufnahmezeit Dunkel amnesia custom stories läuft das flüssig okay Dolan's Haus Kennte Dolan das Internetkinder kennt das Dolan kennt jeder ich erwarte die Map nämlich nicht ernst das sag ich euch jetzt schon ja warum höre ich mich so komisch an what the fuck ist los hallo hallo okay hallo what the fuck okay es geht schon los gar nicht gruselig nein hallo hä was muss ich die einen nach hinten schieben oder sowas oder bringt es das gar nicht weil das andere da reingebackt ist äh ich glaube ich sollte es einfach lassen was ist hier passiert oh geh mal weg danke das wär zu fies gewesen musste fake sein musste hab ich Öl ich hab volles Öl eine Traum custom story okay lassen wir ernst dinning rooms key das ist so gruselig da liegt was I know you're hanging around my house so I prepared goodies player please hallo it's was it's how the bla bla in the face oh ich bin ein guter mensch und macht das wieder drauf so ungefähr schicker po okay oh armes hündchen kann ich jetzt rausgehen ja okay das bild das seht ihr nicht es ist ein eine galerie mit donauern bildung ich hör irgendwas zu flatschen donauern please es ruckelt warum ich bin ich ja die man weg nackt doch man thanks wo es wo es ähm es läuft nicht flüssig warum was ist los hallo schweinchen nom 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 not even schlicht mit scheiße dolan hallo da passiert hier irgendwas oder was zur hölle what the fuck das zu hallo da ist zu ich bin dagegen gelaufen okay schade äh ist sie offen living ja ich würde gern rein ist jetzt irgendwo ein scheiß schlüssel versteckt oder was oh ernsthaft moment da lag was ha ich fand laudan im krone kristallation was 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 lebst du nein da ist offen da ist offen da ist offen da ist offen da möchte ich nicht rein da möchte ich nicht rein kitchen key bestimmt da drüben oder meine stelle kums kombinationsmöglichkeiten was ist das habe ich gerade die wand story ist ja dolan halt ne ich habe wie gesagt nicht viel erwartet aber wenigstens haben wir mal öl das ist das bild verwirrt mich gerade egal wo habt ihr nicht gesehen rausgeschnitten hallo hallo da ist gerade was ja das lese ich mir durch genau hallo hallo ernsthaft gifflot schickbrot und fernmopat visifte was verschwindet was für ein hammer Brauche ich jetzt den Hammer? Zieht man mich? Ja, ne? Reicht. Ernsthaft? Wow. Das ist die letzte Flasche. Werd' mal. Äh. Okay. Und jetzt? Was? Äh. Was ist denn das? Wie soll ich denn da rauskommen? Dolan? Das ist ja nicht mit einem einfachen Schlüssel getan. Können Sie mir weiterhelfen? Äh. 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 Ich hab keine Ahnung. Äh. Dolan, please. Hä. Äh. Äh. Okay. Jaaa. Randale. Äh. Das ist doch scheiße jetzt hier. Was denn das? Geh weg, Bild. Äh. 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 Ich glaube, das ist... Soll es ziemlich das Ende sein. ... 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 scheiße kacke habe ich jetzt verkackt ich hab's verkackt oder scheiße wild gehen die wand rein wo sie sind scheiße leute ich glaube ich habe es kaputt gemacht ich spiel das nicht normales können vergessen bin ich viel zu faul ihren nacken wenn es sich interessiert lade es ist unser und macht den dämpft haben auch dahinten dann soll ich jetzt noch zwei minuten angucken und rein und schüttchen